Wo ist mein Anboss? Mein Anboss ist weg. Als ob. Das ist voll der Glitch. Wo ist mein Anboss? He, kann doch gar nicht sein. Der ist weg ohne Witz. Ich schwöre dir, der ist weg. Hey, ihr Jimmy, es ist Ausgrab. Hier ist wieder Pädel mit einer neuen Folge Minecraft Speed Builders. Heute mit dem einzigartigen Krankrafter. Einzigartigen, einzigwaren Krankrafter. Ja, und ich bin der einzigartige, weil die anderen sind alle unartig. Hallo. Du wieder, Alter. Ich bin Max. Das geht. So, den Modus hast du auch noch nie gespielt, oder? Ne, noch nie. Okay, gut. Siehst du, der entscheidet gleich, ob du gut bist oder nicht. So, du musst dir jetzt echt merken, was du bauen musst. Schau dir noch alles an, wieso bist du direkt neben mir? Okay, ja. Okay. Oh Gott, ja. Und du kannst nicht fliegen, merk dir das. Okay, ja. Okay, hast du ja gemerkt? Ja, ja. Du kleiner Jimson. Wird das immer schwerer, was man bauen muss? Äh, keine Ahnung. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ach, man kann auch keine Blöcke wieder abbauen, ne? Ne, doch, doch. Kannst du. Die hast du dann auch. Aber dauert halt ewig wahrscheinlich. Ja, genau. Oh Gott, Alter. Ich bin so langsam. Ohne Witz. Ich bin so langsam. Nein, ich bin runtergefallen. Ach, das geht auch noch auf Zeit. Ja, gut. Ja, natürlich. Klar, Alter. Es heißt Speed Builders. Da ist vielleicht was dran. Äh, ist okay. Oh Gott, oh Gott. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich hätte es easy geschafft. Ich habe nur mit den falschen Blöcken angefangen. Oh, man. Ne, ne, du fliegst aber nicht raus. Der andere Typ. Also, oh. Ich habe 83%. Wie viel hast du? 69. Ja, okay. Wir sind beide nicht rausgeflogen. Alter, weißt du was? Mein Problem war, ich habe am Anfang mit dem Sandstone habe ich das Gesicht gebaut. Und da musste ich alles ablaufen. Okay, okay, Build a Twist, also ne, was? With a Twist? Build a, with a Twist. Okay. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Ich habe, ich konnte es mir nicht merken, Karni, weil ich behindert bin. Ich bin zurückgeblieben, Alter. Und jetzt fliegst du raus? Ich bin definitiv raus, Mann. Das ist der letzte Crab, den ich hier gebaut habe. Was hat der denn hier gebaut? Ich bringe mich kurz rüber. Du kannst ja aber bei den anderen mit F5 schauen, ne? Echt? Ja, sie geht. Stimmt. Aber das ist ein bisschen cheaty, cheaty, oder? Schiitig ist das ein bisschen. Schiitig? Ja, ich habe voll viel übrig. Also, bei mir ist das komplett falsch. Ich habe so ein Herz gebaut, irgendwie. Und? Hey, was habe ich denn da gebaut? Ich habe auch irgendwie das zu scheiß gebaut. Oh, man, Alter. Du hast ein Herz gebaut, 35% flieg raus. Ich habe 76, Alter. Ich flieg. Na, geil! Ich bin nicht rausgeflogen, was? Hey, wie kannst du denn nicht rausfliegen mit 35%, Alter? Keine Ahnung, da hatte einer weniger. Boah, Glück gehabt, Mann. Okay, oh Gott. Das ist... Boah, weißt du, was richtig Asi wäre? So F2 Screenshot und dann hast du es drin, you know? Okay. Oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, wo der Kaktus stand. Weißt du es noch? Ja. Oh Gott, nein. Peter so richtig konzentriert am Talken. Ich bin mal ein Element, Digga. Element G, oder? L, L, M, 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 M. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Ich kann die Kaktus hier nicht mehr platzieren. Ich konnte die Kaktus hier nicht mehr platzieren. Oh, ich habe verkackt. Weil ich die Kaktus hier nicht mehr platzieren konnte. Wie viel Prozent habe ich? 63, okay, ich glaube, ich bin safe. Loh, ich habe 76. Was? Fick mein Leben, was? Peter. Was, wo war denn das Problem? Das war so, oh Gott, Leute. Mann. So Leute, das ist, oh Gott. Was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Study of 1, 2, 3, 4. Okay, nee, ist eigentlich voll easy. Eigentlich ist es echt easy. 1, 2, 3, 4. Hast du es noch drin? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, hier muss ein Block weg. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich kriege 100%. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Wo war das andere denn? War das direkt gegenüber? Ja, es war direkt gegenüber. Ja, perfect match. Ich habe perfect match. Loil, Maschine, Alter. Uh, ich bin gut. Aber eigentlich war es auch relativ simpel. Ich bin einfach dumm wie Hulle. Wie viel hast du? Ah, weiß ich nicht. 2,8% ist mein Save. Guck mal im Chat, perfect build in 29 Sekunden. Richtiger Ficker, Alter. Du bist so ein OG, Triple OG. Richtig. Leute, falls ihr im Hintergrund saugen hört, das ist Kragenkraft da. Ich sauge, weil Peterle im Hintergrund. Der saugt gleich. Was? Peterle saugt? Hey, Kragenkraft, der saugt. Aber eigentlich auch easy. Jetzt werde ich übermütig, Alter. Das stimmt. Und dann, und dann war hier irgendwie was Gelbes, oder? Ja, ich glaube, was Gelbes und auch was Grünes war dann da. I don't get it, man. I don't get it. Okay, das war auf jeden Fall. Ha, perfect match. Junge, krank. Ja, und ich werde eine Maschine da drin, Alter. Komm doch her. Ich schaff das nicht, ich bin zu blöd. Aha, ich hab's geschafft. Wo bist du, Peter? Oh Gott. Oh, das ist echt lustig. Boah, 68%, ich bin nicht tot. Krass, aber voll viele schaffen immer so ein perfect match, ne? Wenn man mal im Chat guckt. Auf jeden Fall. Oha, zwei sind raus, Peter, wir sind noch drin. Oh, lol. Oh, einfach ne Gun bauen. Okay, eigentlich machbar, glaub ich. Oh Gott, direkt falsch nen Block benutzt. Ich hab auch irgendwie schon, was, was blöd. Oh Gott, warte, wie macht man das denn? Ich find das voll schwierig, du musst ja die, die Ausrichtung irgendwie perfekt machen von den, von den Slaps. Wie soll das denn gehen? Hä, for real, jetzt mal, ich krieg die gar nicht so hin. Ah, jetzt, 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 jetzt. Hast du geschafft? Äh, ja. Wo ist denn mein Anboss? Mein Anboss ist weg. Als ob. Das ist voll der Glitch. Wo ist mein Anboss? Hä, kann doch gar nicht sein. Der ist weg, ohne Witz. Ich schwöre dir, der ist weg. Ohne Witz, mein Anboss ist weg. Meins ist übelst. Das hat gebackt. Meins war übelst schmodrig. Nein, ey, jetzt mal ohne Witz, Leute. Seid meine Zeugen. You scored 0%? Was? Leute, was, 0? Guck doch mal meins an, schau mal her. Ja, weil es komplett falsch ist. Hä, das ist gar nicht komplett falsch. Ja, ich hatte auch plötzlich, ohne Witz, ich hatte plötzlich keine Dingens mehr, kein Anboss, Alter. Hä, wie fies, 0% einfach. Zwei Perfect Matches, das war echt Arsinn. Und dann 0%. Das war echt Arsikrani. Kann ich bei dir ghosten. Bist du jetzt traurig? Ja, ein bisschen. Wie, wie, Sarah? Oh, 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 Peter. Oh, oh. Oh, oh. Was denn? Sieht nicht gut aus? Oh, oh, ich sag, oh, oh. Sieht nicht gut aus für mich? Nein, irgendwas habe ich falsch gemacht. Fick mein Leben. Ja. Und jetzt? Hey, du hast schon verkackt, du Nutte. Halt's Maul, Alter. Halt's Maul. Oh, klatsch drauf, klatsch drauf. Was ist das denn? Oh Gott, ich bin gespannt. Oh, man, Alter. Bitte nicht, bitte nicht, kleiner Boy. 34%. Oh. Ach, fick dich doch. Du kleiner Jimson, ey. Nochmal. Mann, schade. Ne, wir machen das Ganze jetzt bei dir, Leute. Ich würde sagen, das war's von Speedbuilders. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Da schaut bei Kranich vorbei. Da nehmen wir das Ganze jetzt auch nochmal auf. Und dann schauen wir mal. Aber ohne Witz, das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, der Amboss war echt weg, Leute. Ne, das war jetzt nicht so, als ich es gesagt habe. Der war echt, der ist einfach verschwunden. Der ist unter die Map gefallen. Keine Ahnung. Ja, aber kein Scheiß. Leute, okay. Mach ich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschau. Tschüss. Tschüss.